Dr. Storm, wir haben Ihnen sechs Jahre und Millionen von Dollar gegeben. Sieh uns dagegen gar nichts. Was ist jetzt so anders? Reed Richards. Er hat Antworten auf Fragen, die wir noch nicht mal gestellt haben. Wir können mehr über unseren Planeten lernen und ihn vielleicht sogar retten. Ich möchte Ihnen meine Tochter Sue vorstellen. Willst du berühmt werden? Ich will nur, dass meine Arbeit einen Unterschied macht. Johnny, Reed, Anweisungen sind nicht so sein Ding. Ja, besonders nicht von Leuten, die sagen, das wäre nicht so mein Ding. Lass dich von diesen Kittelträgern nicht verarschen. Wenn doch, dann weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Macht ja echt Spaß, dich hier zu haben. Richtig? Nein. Was Sie hier entwickelt haben, ist unglaublich. Und ihr seid echt bereit dafür? Ja. Sind wir. Wir können jetzt in andere Dimensionen reisen. Unfassbar. Ich will nur eins wissen. Wo sind meine Kinder? Vier haben überlebt. Alle vier zeigen einzigartige physische Fähigkeiten. Ich will nur meinen Freunden helfen. Da kannst du nichts machen. Wir sollten diese Kräfte nutzen, um Menschen zu helfen. Ihr habt eine Tür geöffnet, die ihr nicht mehr schließen könnt. Ihr habt keine Ahnung, was kommen wird. Was wird kommen? Wenn ihr das aufhalten wollt, wird es euch alles abverlangen. Wie lange braucht er? Zwei Minuten. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich will Ihnen. Dann bin ich. Ich will. Ich will. Ich höre. Vielen Dank.